Die Arthrose, ein bisschen Damoklesschwert unserer Zeit. Früher hat man die Arthrose alten Leuten zugeschrieben, die schwer körperlich gearbeitet haben. Das ist vorbei. Es betrifft auch mittlerweile sehr viele junge Menschen. Und dieser abbauende Prozess im Knorpel schreitet dann oft sukzessive voran, kann grundsätzlich in jedem Gelenk stattfinden. Natürlich sind Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk, Fingergelenke am häufigsten betroffen, auch das Schultergelenk. Und was passiert? Wir haben die rigiden Knochenpartner, die sich eigentlich nicht bewegen können grundsätzlich. Und sie brauchen nicht nur die Gelenksflüssigkeit, sondern wir brauchen eine Knorpelschicht, wodurch wir hier mehr Bewegung bekommen. Und wenn das abnutzt, dann haben wir eine degenerative Erkrankung. Und das führt dann natürlich zu einer Bewegungseinschränkung und schlussendlich auch zu einem Schmerz. Also, da sollte man darauf aufpassen, dass wir mobil bleiben.